Willkommen, Ladies and Gentlemen, zu diesem weiteren Workout-Vlog. Wir sind einige Tage nur noch von der AMBF aus. Die letzte schwere Trainingswoche. Heute mit Push in der Früh, das heißt es ist 7.20 Uhr. Gar nicht meine Trainingszeit normalerweise. Ich habe noch kein Feeding drinnen, weil ich heute auch Blutabnahme habe. Das heißt, nichts optimal das Ganze. Aber, ja, besser als am Dienstag, wo ich die schwere Beineinheit gehabt habe, danach Blutabzunehmen. Wir werden das so machen, dass wir jetzt im Prinzip nüchtern, wir haben da jetzt 200-300ml Kaffee maximal, ins Training gehen, Push durchballern, so gut es geht, und dann direkt zur Blutabnahme fahren, Blutabnehmen lassen und wir sind durch. Ja, also das ist das Ziel. Und morgen mache ich da einen Dexascan am Vormittag. Und, ja, so schaut das Ganze aus. Das ist der Plan, glaube ich. Und, ja, ich freue mich natürlich, dass wir das jetzt auch hinter uns bringen. Ich sollte jetzt ein paar ERAs noch mit einpacken sollen, hat der Coach geschrieben, aber, ja, ich bin schon losgefahren. Und, ja, es geht eigentlich gleich weiter weiter, nach einer kurzen Nachricht von unserem Sponsor, West. Being a vast athlete is about setting a standard and pushing yourself to be that 1% better. This is for the pros. Ja, ihr seht, ich bin schon ziemlich erledigt, ziemlich done. Die letzten Tage zerren an einem und jetzt heißt es, ja, wie gesagt, alles beibehalten, wie es ist. Gas geben, dranbleiben, let's go. Das hört es aus. Lass uns in die Push-Einheit gehen. Lass uns in die Push-Einheit gehen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.